In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, wie Wikipedia funktioniert. Wikipedia kann jeder bearbeiten. Sie ist Teil der Vision einer Welt, in der alle Menschen das menschliche Wissen teilen können. Jeden Monat lassen fast 300.000 Freiwillige die Vision wahr werden, indem sie die Inhalte schreiben, bearbeiten, aktualisieren, diskutieren und überprüfen. Unsere Mitarbeitenden, Mitwirkenden und Autoren kuratieren und verfassen korrekte, neutrale und fundierte Informationen, die für jedermann frei zugänglich sind. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum jeder zuerst auf Wikipedia geht, um alles Mögliche zu lernen. Die veröffentlichten Artikel werden mehr als 16 Milliarden Mal pro Monat gelesen. Das so geschaffene Wissen wird bei einigen der wichtigsten Suchmaschinen und virtuellen Sprachassistenten der Welt eingesetzt. So funktioniert Wikipedia. In einer Minute erklärt. Noch eine Minute Zeit? Dann sehen Sie sich weitere Folgen der Serie an.